Ja, ja. Fick dich. Ich nehm schon auf, du Idiot. Ich weiß, ich seh's am Licht. Voll hot. Also Mädels, willkommen. Heute testen wir den Meckbrezel. Hey, du Vogel. So sieht er aus. Extrem vollgepackt. Leicht Spur. Viel Salat. Sauber zu viel Gesundes. Die Presse. Ist doch wahr. Und dazu? Rommes und Cola. Und Mayo. Ja, so eine weiße Flüssigkeit aus ner Packung. Und, ähm, ja. Und Spermaflecken am Tisch. Aber nicht von uns. Sicher? Ey, ich weiß, was du getrieben warst. Entschuldigung. So, dann fangen wir mal an. Ja, was. Wo ist der Kartoffel-Salat? Da, ich hab ihn nicht. Alter. Da ist der Kartoffel-Salat. Schwul. Schwule. Alter, ich krieg dich nicht raus, Mann. Der ist mal vollfertig, der Burger. Oile. Hallo. Also gut, die Hälfte fällt schon mal raus. Das gefällt mir nicht. Und wie schmeckt er? Mit einem Leberkast-Kass-Sendel. Doch, extrem gut. Wie schmeckt er? Wie eine Leberkast-Kass-Sendel, weil... Mit Kartoffel-Salat. Normaler Käse. Leberkast. Also ich find mir viel zu gut anders. Also er findet ihn scheiße und er findet ihn gut. Doch, ja. Gut, schlecht. Gut, schlecht. Muhaha! Ich hab ihn mir auf jeden Fall besser vorgestellt. Irgendwie mit mehr Soße, mit mehr Würze oder so. Du Vogel, da ist ja auch nur süßer Senkraut. Entschuldigung, vom süßen Senf merk ich überhaupt nichts. Muss ich mal in die Mitte gehen. Oh, bist ja schon. Also ich merken. Ne. Manf, 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 manf. Mir gefällt er nicht. Hier und Mädels, ich glaub, wir werden jetzt noch aufessen. Dann werden wir gemütlich in den Donau gehen. Und werden den Tag genießen. Und tschüss. Tschüss.